Hallo YouTube und herzlich willkommen ist Aiwa, mein nächstes Video, BetterFeed 4, auf meinem zweiten Account mit dabei ist der Kuromi, der Anonymes Destiny, moin moin und hallo, der Zonan ist Guko, und der Broke Servus Daniel, macht schon wie so'n fettes gestörtes Kind, alter Ich hab' gehört, Daniel ist fit Ja, ich auch Ne, ich war auf Lübungsgeschichten für erzählt Ich möchte mich selber angeben Nein, Grenade Ich muss auch nicht mit der Zahl 62 anfangen oder so Aber Oh, tut mir leid Ja, ja, das ist geil Das kannst du nicht, ja Von hinten, von hinten vor auch, meine Fresse Die dreckigen Spawn, oder die Spawnschrappen uns Hier, das wird Sanitäter Okay, wir liegen vor, und da wollen wir auch bleiben Ciao Oh mein, ich bin eins vor Orbit gestorben Dreck, Crainbow, das Warte, warte, ich hab' gar nicht mehr Loads dann Okay Was ist das denn? Du spielst auf Loads und wir supporten nicht, oder was? Nein Warte, Ajo Ja, ich bin gestorben Äh, bist du so schlecht, oder tust du nur so? Wäre ich? Ja So Alter Hast du zugeschossen Stragmano Dash ist so schlecht Hättest du Dester, die hast du zugeschossen Na, weil ich bin gestorben Und da hab' ich schon wieder Killhilfe Ich hör' auf Ja, Digga, vielleicht bleib' ich morgen noch nach der Heim, oder ich spreche Und wenn es mal kältet Hast du morgen schule? Oder hättest du morgen schule? Hättest du morgen schule? Ja, Mann Ich hab' keine Muni, ich bin kein Munitionstyp zu uns typen er kann man nicht wählen er eben auch machen er hat und dann hier macht das tot m aber nein er ist einander oder die mit freut spielte mitsch er hat doch gesagt einerseits munition ich bin Neuja, die Sachen nicht drin Ja klar, komm Warte Timo Nein, scheiß Rasmus, no Da, Timo, hinter dir, Munition Lol, ich hab ihn doch noch Ich hab ihn doch noch versilber Battlepacks Faktisch war keine Kanase Meine, ich kille mich von hinten Das ist schlecht Mike Kaiser Meiner Battlepacks Ohne Oh, wie viel Alter, nicht schlecht Guck mal, ich hab auch das Silber Battlepacks 2,25 3,50 Battlelock Emblem Sichelmond Oh, das ist nicht so Okay, die Hände von hier Battlelock, den Soldaten vorst Alter, wie kann der mich noch kriegen Ja, macht einer bitte diese Fackeln nicht bei irgendwelchen Stellen, wo es wirklich nicht dunkel ist Das ist scheiße Ja, für was sind die Fackeln denn da? Ja, nehm Ja, ich hab das Antwort gerade Den hab ich gerade gar nicht gesehen Timo, koste Munition Nee, Alter Das ist ein Halt, ne? Was? Da ist einer mit Skorpion, Alter Skorpion scheint ja richtig so OP zu sein Ich bin da voll reingerusht gerade eben Ich bin da voll reingerusht gerade eben Da ist einer, Timo Boah Boah, ey, dieser Diese Fracks sind so schlecht Da sind noch welche Timo Was? Mann, wie schnell killt der denn bitte mit seiner Emter Emter, das ist sowieso ne Hier ist dein Medikist Ich brauch nur meine Sanitätertasche Alter Ein Pole wieder Mit der AC23S Bole, immer diese Hosen von Polen SV Dreckst Ich hab ne Feind 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 Das kann man wieder Vorher schafft dann Auf die Spin Alter Du Dreckst hier Dreckst Pole Die Runde ist die schlechteste Runde Der EU Ich weiß gar nicht Man gibt so viele Headshots in diesem Spiel Kein Ernst, Uwe Ich mach das nicht Ich hab mich wenigstens hüterbeleben Bei mir jeder zweiter Kill, Alter, steht da wie Kopftreffer Bonus Weil es muss Black Ops frei Wir müssen ihre 5 Baster an der Emission An die Arbeit Nein, sind da, Killer Also mein Aufklärer 19 zu 9 Oh, er ist durch Brandgranate gestorben Alter Alter Hey, jeder steht schon bereit Es ist nur noch einer übrig Den schnappen wir uns auch Was? Ja, ich steh zu weit raus Ja, ich steh zu weit raus 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 So, als Gogi steht 1 zu 6 Amadeus, 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 Amadeus Ich hab irgendwie halbes Jahr lang meine Klassen editiert Und ich bin, ich bin einfach, ich hab keinen Gegner tot bekommen Oh, das war's jetzt mit der Folge von Battlefield 4 Tschüss